Hey Leute, willkommen zu meiner heutigen Folge auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es ein etwas anderes Video und wie ihr schon den Titel gesehen habt, wollte ich mich heute nochmal bedanken für den ganzen Support in den letzten Monaten, in den ganzen Wochen für die 100 Abonnenten, Leute. Ich habe gesehen, dass wir die 100 Abonnenten erreicht haben, was wirklich schon ein Meilenstein für mich ist, weil ich schon wirklich seit 2-3 Monaten YouTube mache und mich wirklich gefreut habe, dass ich dann irgendwann die 100 Abonnenten schaffe oder erreiche, ich würde mal sagen. Ich bin wirklich dankbar für euren ganzen Support und auch euren ganzen Aktivitäten auf meinem Kanal, dass ihr meine Videos schaut, die Videos liked und so weiter, Leute. Wirklich danke, dass ihr so hinter mir steht und dass ihr meine Community schon seid. Einfach deshalb wollte ich mich einfach mal bedanken in diesem einzigen Video, dass es auch nicht zu lang wird. Und ja, einfach mal danke an euch. Und ja, ich wollte ja nochmal so ein 100 Abonnenten-Special machen. In welche Richtung das 100 Abonnenten-Special gehen soll, circa. Aber ich bin noch nicht ganz sicher und ich wollte euch nochmal fragen, ob ihr etwas Bestimmtes sehen wollt als 100 Abonnenten-Special oder ob ihr euch einfach überraschen lässt, was ich jetzt hier so mache. Können wir gerne eure Idee in die Kommentare oder eure Meinung in die Kommentare schreiben, Leute, würde mich sehr interessieren. Und ja, sonst würde ich mal sagen, wie schon gesagt, ist es so ein kurzes Video, wo ich einfach nur, wie schon gesagt, nur danke sagen für den ganzen Support. Und ja, schon wünsche ich einen wirklich wunderschönen Tag. Schreibt, wie schon gesagt, eure Meinung oder eure Idee zum 100 Abonnenten-Special in die Kommentare. Und ja, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Tschüss. Bye.